Wie viele Kundenumfragen erhalten Sie denn so im Monat? Viel zu viele? Sind Sie es auch leid, minutenlang irgendwelche Listen auszuarbeiten? Haben Sie deswegen möglicherweise schon aufgegeben, Ihre Kunden zu befragen? Weil Sie die Kunden nicht belästigen wollen, weil es eh nichts bringt, weil kein Rücklauf kommt? Dann habe ich eine Idee für Sie. Es gibt eine wunderbare Kundenumfrage, die nur mit einer einzigen Frage funktioniert. Und das ist der sogenannte Net Promoter Score, kurz auch NPS. Und diese eine Frage, die Sie Ihrem Kunden stellen, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Produkt oder unsere Dienstleistung weiterempfehlen? Und dann malen Sie eine Skala auf von 0 bis 10 und lassen Ihren Kunden ankreuzen. Danach können Sie mit einer ganz einfachen Formel den NPS-Wert berechnen. Das geht so, indem Sie einfach den Anteil der Kritiker vom Anteil der Fans in Prozent abziehen. Das ist Ihr ganz persönlicher Net Promoter Score. Faszinierend finde ich diese Thematik deshalb, weil es einfach drei Vorteile bietet. Das erste ist, es ist total einfach. Diese Frage können Sie immer und überall stellen. Das zweite ist, Sie erhalten einen Wert, mit dem Sie mit anderen Firmen vergleichbar sind. Und das dritte, der Erfinder, Fred Reichert, hat das in seinem Buch beschrieben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem NPS-Wert und der Verdienstmöglichkeit. Und ich habe einmal aus dem Internet ein paar Werte aus der Automobilindustrie rausgezogen, die das sehr schön verdeutlicht. Die besten NPS-Werte haben Porsche, Toyota, Audi. Und wir wissen, das sind alles gut verdienende Autobauer. Die etwas schlechteren NPS-Werte finden wir dann bei Opel und wir wissen, wie es um Opel steht. Deswegen meine Frage an Sie, wäre das nicht auch eine schöne Möglichkeit, Ihre Kunden zu befragen? Wenn nicht jetzt, wann dann?